Welcome back! Der Brudi ist bei uns. Eine deiner Singles hat ganz schön viel Aufmerksamkeit gesorgt oder für viel Aufmerksamkeit gesorgt. So viel, dass du selbst sogar ein 20-minütiges Statement dazu rausgebracht hast, die Taz hat über dich berichtet etc. pp. Ganz schön Wellen geschlagen. Zur Einordnung korrigiere mich. Du hast einen Song namens Allmann gemacht. Darin geht es um deine Erfahrung als Deutscher in der Hood. Dazu gibt es auch ein Video mit einer Bildsprache, die unter anderem suggeriert, als Deutscher darf man das nicht sagen, dass man diskriminiert wird oder grundsätzlich nicht sagen. Hiphop.de hat daraufhin einen Artikel verfasst, wo sie unter anderem sinngemäß geschrieben haben, da stürzt sich jetzt ein rechter Mob wie die Schmeißfliegen auf die Kommentarspalten. Dazu hast du einen Post gemacht. Dann gab es viel Gegenwind gegen Hiphop.de. Sie haben daraufhin die Formulierung geändert. Du hast dann nochmal ein Video-Statement gemacht und eine Entschuldigung verlangt von Hiphop.de. Und jetzt sprichst du in verschiedenen Interviews noch über das Thema, weil es immer wieder hochkommt. Andere Leute nehmen sich das Thema und berichten über dich, ohne mit dir zu sprechen darüber. Und du hast jetzt drei Jahre an dem Album gesessen ungefähr. Wenn du jetzt nach der Debatte um den Song und um das Video nochmal nach 2017 oder wann der Song entstanden ist, quasi zurückgehen könntest, angenommen er würde vor drei Jahren entstanden worden sein, würdest du den Song nochmal genauso schreiben und auch das Video nochmal genauso machen? Ja, würde ich auf jeden Fall, weil sonst wäre ich auch jemand, der sich verbiegen lassen würde durch die Meinung anderer. Weil ich stehe hinter den Dingen, die ich in dem Song sage und ich stehe auch hinter den Bildern und ich sehe auch nichts Verwerfliches daran. Das sind halt einfach, das ist halt wie ein Musikgeschmack. Es gibt halt manche Menschen mit einer anderen Philosophie vom Leben oder so Ansehung oder also vom Leben. Oder es gibt Menschen, die sich generell vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass sowas existiert, weil die irgendwie aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Bereich kommen und noch nie Zugang in unsere Welt hatten, da wo wir uns aufgehalten haben, wo wir gelebt haben. So und aber nur aus diesem Grund heraus kann man halt natürlich nicht abstreiten, dass sowas nicht existiert. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass bei der Kritik bei dem Song, dass halt ganz viele andere Rapper-Kollegen sich da an meine Seite gestellt haben und gesagt haben, hey, der Song ist absolut legitim, ob es jetzt die Bantos sind oder ein Azat oder Sido und so weiter. Das war auf jeden Fall schon mal auch sehr wichtig, um da ein Zeichen zu setzen. Das sind Sachen, die existieren und sollten halt auch ausgesprochen werden können. Und der Song war ja auch keine so nationale Hymne, Lass mal alle aufstehen, sondern einfach ein Erfahrungsbericht aus der Hood eines Allmanns. Ja, also du hast gerade eben Azat angesprochen und er hat es, glaube ich, so verstanden, wie du es auch gemeint hast. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Und ich fand es richtig nice, ich fand es richtig cool, ich fand es ehrlich. Es ist doch absolut legitim, dass jeder seine Gefühle im Rap ausdrücken kann, so weißt du. Und wenn jetzt ein Deutscher sagt, hey, ich als Deutscher habe auch Diskriminierung erlebt, ja, dann darf er doch darüber sprechen, ohne dass er dann irgendwie in die rechte Ecke gedrängt wird. Und wie hätte der Artikel sein sollen von HipHop.de oder sein müssen, damit du cool damit gewesen wärst? Weil du hast ja auch schon an einer anderen Stelle eingeräumt, dass man natürlich sich auch kritisch über den Song äußern kann. Natürlich. Aber wie hätte er sein sollen, damit du cool damit gewesen wärst? Man hätte halt einfach erstmal den Song neutral werten sollen, also auch von Part 1 bis Part 2, weil in Part 2 kommen zum Beispiel viele Sachen halt drin vor, wo ich ja eigentlich dagegen ankämpfe, gegen diese Spaltung, wo ich sage so, hey, wir sitzen ja alle in einem selben Boot, wegen Hautfarbe streiten, das muss halt alles nicht sein. Dass man den Song erstmal so neutral bewertet hätte und dann hätte man natürlich dazu vermerken können, dass es ein wichtiger Song ist, dass man sowas auch einfach mal ausspricht. Dass es natürlich auch immer noch so einen Fadenbeigeschmack hat, weil vielleicht die einen oder anderen sich halt an manchen Stellen vielleicht da bedienen könnten. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich diese Menschen bedienen möchte. Und ich finde, das habe ich auch ganz klar in diesem Song klar gemacht. Und deswegen hat mir diese Untersteller, diese Berichterstattung so, dieses Unterstellen, dass eine ganze Community, die darunter kommentiert hat in den ersten Minuten, wo es noch gar nicht so eine Welle geschlagen hat, dass es jetzt irgendwelche Rechtsforum erreichen hätte können, dann schon als rechter Mob betitelt wird. Und das ist halt für mich so, ich will in meinem Leben niemals mit einem Nazi verglichen werden oder Nazi genannt werden oder rechter Mob, genau wie, denke ich, niemand in meiner Community. Weil das ist für mich so mit einer der schlimmsten Beleidigungen, wie man mich beleidigen könnte. Und deswegen ist da eigentlich immer noch nach wie vor eigentlich eine Entschuldigung fällig. Es wird jetzt halt einfach nur totgeschwiegen. Was mich auch sehr daran ärgert ist, wie du auch selber ja eben gesagt hast, dass dann der Bericht nochmal umformuliert wurde aufgrund des Shitstorms, der dann auf HipHop.de der Seite stattgefunden hat. Und was mich daran ärgert ist so, sie sind auf einen Moment so unter Beschuss, ändern daraufhin, rudern aber nicht zurück. Aber was wäre gewesen, wenn sie nicht unter Beschuss geraten wären und ich wäre unter Beschuss geraten? Was wäre passiert? Ein, zwei Tage später vielleicht nochmal einen Bericht, nochmal ein bisschen so drauf treten und einfach die Karriere, einen Künstler und sein Brot kaputt machen. So, und das ist etwas so, weil ich versuche schon zu sehen, was wäre passiert, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre. Und das ist der Grund halt, das kann ich nicht so stehen lassen einfach. Also wissen wir natürlich nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass du diese Gedanken hast. Ich finde, du hast auch gerade beschrieben, dass man Sachen vielleicht da und da anmerken kann. Ich finde, Kredibil, der hat nämlich in seinem Podcast Resümee mit Frustrauen, mit Chlo1444 drüber gesprochen. Und Kredibil hat es so formuliert, was ich auch sehr treffend finde. Ich denke, Cashmore ist in erster Reihe jemand, der sich für etwas einsetzen wollte und sich vielleicht etwas zu sehr an der Grenze zwischen kritisch und mutig bewegt hat. Das ist ja im Endeffekt das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, was du schön gefunden hättest, wenn es HipHop.de gemacht hätte. Wo sie quasi es im Endeffekt anerkennen, was der Grundgedanke war, nämlich, dass du einfach nur einen Erlebnisbericht gemacht hast. Und ich sage auch, also ich kenne das auch, ich kann es komplett nachvollziehen, dass du Diskriminierung erfahren hast in der Hood. Aber dass es natürlich Punkte gibt, die man da hier und da ansprechen kann. Und dass es auf der einen Seite auf jeden Fall mutig war, aber natürlich auch gewisse Punkte berührt, die man kritisch sehen kann. Und in dem Podcast hat Chlo1444 auch was Wichtiges gesagt zu dem Thema, zieht es quasi die falschen Leute an, oder nicht? Er hat nämlich Folgendes gesagt. Lieber sollen Rechte einen Typen feiern, der nicht rechts ist, als dass nichtrechte einen Typen feiern, der rechts ist. Weil Cashmo wird keine Leute radikalisieren. Cashmo wird niemals dafür sorgen, dass Menschen, die kein rechtes Gedankengut haben, selber zu Nazis werden. Interessant auf jeden Fall. Also natürlich wünscht man das keinem, natürlich will man nicht das, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass du jetzt nicht willst, dass Leute das hören. Aber jetzt mal Worst-Case-Szenario gedacht, die hören das und hören vielleicht noch andere Songs von dir, aber die Gefahr ist nicht da, dass die in irgendeiner Form radikalisiert werden. Nein, auf gar nicht. Im Gegensatz zu andersrum. Jemand, der tendenziell nicht rechts ist und rechte Musik hört, der läuft natürlich dann Gefahr, vielleicht daran irgendwie ein bisschen eingefangen zu werden. Nur zu dieser Thematik, so wie groß ist die Gefahr von diesem Song und klar, man kann halt irgendwo, verliert es sich dann, was man damit macht, so ja, mit dem Song. Ich habe ihn auch komplett so verstanden, wie er gemeint ist, das habe ich dir auch vor ein paar Tagen schon gesagt. Und du bist, also wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt, weiß, du bist straight Hip-Hop, straight Hip-Hop, du bist safe, nicht rechts, so. Das ist einfach, also das ist kompletter Quatsch, dass du überhaupt diese ganze Thematik da mit reingekommen bist. Aber wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Kritikpunkte und inwieweit kannst du denn die Kritik verstehen, die zum Teil quasi an dich herangetragen wird? Wie gesagt, ich habe versucht immer auf jeden Punkt, wo es mir wirklich war einzugehen. Mir sind aber natürlich auch oftmals die Hände gebunden. Ich kann jetzt auch zum Beispiel nicht auf jeden Kommentar oder irgendwie eingehen. Das würde mich dann auch in eine Position bringen, dass man denkt, okay, ich versuche hier was zu verschleiern und müsste mich die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen. Ich stehe hinter dem Song und ich stehe halt auch hinter den Bildern, weil ich kann ja folgende Kritikpunkte nennen. Die Kritikpunkte singt eine Deutschlandflagge über eine Motorhaube von einem Mercedes-Benz, einem deutschen Auto, dann der Adler und der Chefer. Und da habe ich auch jetzt schon ein paar Mal in den letzten Tagen das auch erklärt, also die Frage gestellt, warum das so problematisch jetzt diese Bildsprache bei mir ist. Wenn ein Rapper mit türkischen Wurzeln eine türkische Flagge präsentiert und ein Kangal in seinem Video präsentiert, wird niemals einer kommen und sagen, hey, damit ziehst du die Leute vom islamischen Staat an. So, ISIS-Kämpfer oder... Mich hat interessanterweise, weil du die Sachen immer wieder ansprichst, Bands, Fahnen und Adler, das war mir komplett egal. Wirklich, mach doch. Klar, Bands, Statuszeichen einfach von egal, gar nicht deutsch, sondern einfach ich habe es geschafft quasi so. Und für das, was jetzt quasi am Ende daraus entstanden ist, diese ganze Debatte, weil ich den Song so gemacht habe, ist eigentlich das beste Beispiel, warum ich das Klebeband benutzt habe. Weil ich habe das Klebeband quasi mit diesem Song einmal kurz abgenommen, habe so meine Sicht der Dinge erzählt, was für ein Deutsch nicht so einfach ist aufgrund unserer Geschichte. Und im Video haben die Leute diesen Klebeband auf dem Mund drauf, da passiert nichts, die werden nicht attackiert, alles ist cool. Nimmst du aber dieses Klebeband einmal ab, so wie ich es gemacht habe in diesem Song, geschieht dir genau das, was jetzt passiert ist. Ich glaube, da vermischen sich ein paar Sachen, weil diese Klebeband-Sache ist dann mit mir tatsächlich, habe ich gedacht, so, ah, vielleicht nicht ganz so glücklich. Und ich habe mir jetzt nochmal überlegt, ich glaube es, weil in diesem Video ist ja, glaube ich, eine blonde deutsche Frau, ein älterer, glaube ich, älterer deutscher Mann und noch irgendwer, keine Ahnung, mit so einem Klebeband vor dem Mund. Und du sprichst ja, also der Grundgedanke von dem Song ist, deine Erfahrung aus der Hood zu schildern. Ich glaube, weder die deutsche Frau noch der alte Mann wird jetzt quasi erlebt, diese Diskriminierungserfahrung, die du erlebt hast quasi, in der Hood. Und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn du auch, sage ich mal jetzt so stramme Kranacken in Anführungszeichen so, wie dich da hingestellt hätten mit diesem Mund. Dann hättest du nochmal eine andere Couleur gehabt. Aber das hätte keinen Sinn mehr gegeben. Ja, aber das wirkt ja so, wie in ganz Deutschland quasi darf man nichts mehr sagen. Das wird damit transportiert. Ich weiß, du hast es nicht ganz so gemeint, aber ich glaube, dadurch, dass du quasi so einen Durchschnitt der deutschen Gesellschaft quasi abgebildet hast und gesagt hast oder damit suggeriert hast, man darf nichts mehr sagen quasi, man darf deine Meinung nicht mehr äußern. Was ja genau in diese AfD und Co-Propaganda reinschlägt, quasi in diese Kerbe reingeht. Das ist, glaube ich, das Thema, warum sich viele da so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern teilweise sehr stark daran stören. Weil natürlich in Deutschland darf man seine Meinung sagen. Und zwar ganz stark und viel. Und es wird ja teilweise auch in, keine Ahnung, auf Parteitagen quasi, werden ja teilweise Beleidungen rausgehauen. Und es geht nicht mehr, als es um die N-Wort-Debatte ging, da wurden auch teilweise rassistische Beleidungen gemacht. Und das darf man ja alles sagen. Also es ist ja nicht so, dass man in Deutschland nichts mehr sagen darf. Das ist ja kompletter Quatsch. So, ich weiß, was du meinst. Du sagst, ich darf nicht als Deutscher sagen, dass ich Diskriminierung erfahren habe. So. Und das ist aber, glaube ich, ein bisschen verzerrt durch die Bildsprache und kam bei anderen nicht ganz so an. Ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, im Grundkern. Nein, aber auch im Grundkern. Trotzdem ist es so, dass wir doch schon ein bisschen vorsichtiger sein müssen mit unseren Äußerungen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Videos, die ich auch gepostet habe, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, Dinge, die zum Beispiel ein Elgier gesagt hat oder ein Kodo gesagt hat. Wenn ich sowas gesagt hätte, wäre Karriere vorbei. Deren Karriere aber existiert. Dafür steht das Klebeband. Deren Karriere ist nicht vorbei. Da sitzt ein Elgier in einem Interview und sagt zu Toxic, wenn ich Deutscher wäre, ich wäre ein Nazi. Der haut einen Satz raus, der ist so, das ist unfassbar, was er da gesagt hat quasi. Und noch ein paar andere Dinge noch hinterher. Das wäre ja natürlich das Aus für mich gewesen als Deutscher. Verstehst du so? Es wird schon doch, da wird Unterschiede gemacht. Und das ist eigentlich die Message dahinter, dass wir aufhören sollten, uns immer, deswegen ist auch der Hammer in den Fernseher geflogen, dass wir aufhören sollten, immer wegen dieser Geschichte uns so spalten zu lassen. Das ist ein sehr kompliziertes, schwieriges Thema. Ja, aber deswegen, glaube ich, ist es ein bisschen verzerrt, weil du eigentlich einen Erfahrungsbericht machen wolltest quasi, wurde diskriminiert in der Hut, aber dann auch was aufs gesellschaftliche große Ganze quasi projiziert hast. Und da wird es, glaube ich, schwierig dann, weil es natürlich viel komplexer ist. Nationalstolz, das Thema quasi auch bei Türken und so weiter und so fort. Klar kann man stolz auf sein Land sein, aber grundsätzlich soll es ja egal sein, woher man kommt. Das sagst du ja auch selber. Herkunft ist komplett wurscht. Und alles, was man mit dem Nationalstolz zu tun hat, ist natürlich ganz schnell, andere gehören nicht dazu und nur wir. Aber meine Philosophie da ist ganz klar. Also das ist eigentlich das, wofür ich jetzt stehe. Ich stehe quasi dafür mit dem Song und dafür kämpfe ich auch gerne. Es ist halt so, dass in diesem Land, sagen wir jetzt, jede Flagge oder Farbe von anderen Nationen wird nicht kritisch, quasi so kritisch gesehen, wie jetzt zum Beispiel eine deutsche Fahne, wenn du dir raushängst. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt zum Beispiel, was der richtige Weg wäre, lass uns jetzt erstmal so erreichen, dass ein Deutscher einfach mal seine Fahne jetzt zeigen könnte, dass dasselbe Recht sich rausnehmen könnte, ohne direkt in eine rechte Ecke oder als Nazi abgestempelt zu werden. Und wenn wir das erreicht hätten, dass alle da wieder irgendwie gleich sind, was aber natürlich aufgrund unserer Geschichte sehr schwierig ist, wenn wir alle dann wieder gleich sind, dann lass doch bitte jetzt alle Fahnen dann nehmen und dann schmeißen wir die gerne in den Mülleimer. Und verstehst du, was ich meine? Ja, du bist erst auf gleiche Ebene und dann können wir es beiseite legen. Das ist fair. Ja, das ist die Frage, ob das der schlauste Weg ist. Ich kann es nachvollziehen, dass du so denkst. Weil sonst hat man mir mein Recht irgendwo auch genommen. Und das ist auch Diskriminierung. Ja, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, das letzte Mal, das ist nicht das letzte Mal, aber natürlich gab es einfach in der Geschichte einfach zwei wesentliche Punkte, als Deutsche quasi ihre Fahnen zusammengerottet haben, in Anführungszeichen, jetzt ja, und gesagt haben, komm, wir sind geil und gehen nach vorne. Krass runtergebrochen jetzt. Also nicht unbedingt, aber um es einfach zu simplifizieren, es ist einfach zwei Weltkriege sind von Deutschland aus entstanden. Das stimmt. Deswegen ist es natürlich eine ganz andere Sensibilisierung, wenn da Deutsche mit den Flaggen quasi nach vorne gehen und sagen, ist es geil hier zu sein. Und natürlich hast du genauso wenig mit Hitler zu tun wie ich. Vollkommen richtig. Also safe. Und ich finde auch, die Deutschen sollten, oder was heißt wir Deutsche, sollten nicht die ganze Zeit mit gesenktem Kopf rumlaufen und uns schämen quasi, dass diese Sache passiert ist. Gleichzeitig müssen wir aber Verantwortung tragen, finde ich, weil wir in diesem Land leben, wo es passiert ist. Natürlich. Also ich bin, da bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, bei mir geht es einfach nur um die Fairness halber. Und ich sage dir auch nicht, lass uns jetzt rausgehen und alle sollen die Fahnen zeigen. Es geht schon darum, dass, wenn einer jetzt mal da hinten irgendwo kurz eine Fahne an seinem Balkon hängt, weil er gerade Bock da drauf hat, soll nicht das Gefühl aufkommen von der ganzen Umwelt oder in seinem ganzen Umfeld gerade, oh, da muss ein Nazi wohnen an diesem Balkon dahinter. So, weil das ist etwas, das darf nicht sein, weil das ist schon krankhaft. So, weil sonst müssen wir die Fahne, die auch nochmal entfernen und uns nochmal eine neue einfallen lassen. So, wenn das die ganze Zeit mit Nazi und mit rechtem Gedankengut verbunden wird. Also ich finde das einfach kacke. Der auch wieder, ich muss wieder auf Kree Biel verweisen, weil der wirklich auch in dem Podcast auch eine andere sehr interessante Sache gesagt hat, nämlich, dass er meinte, dass das Problem sei, dass die Helden von dieser Zeit, vom Zweiten Weltkrieg, zu wenig gefeiert wurden. Also die Leute, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben und dagegen gekämpft haben quasi, dass sowas passiert. Und wenn man die mit in den Fokus genommen hätte, so in der Aufarbeitung danach, glaube ich, hätte man vielleicht, oder seine Meinung, ich teile es tatsächlich zum Teil, dass man dann vielleicht es geschafft hätte, dass es nicht so ein ganz krasses Schamgefühl quasi da ist, sondern dass man eher sagt, ey da, wir waren stark, wir haben uns dagegen aufgelehnt quasi und da waren Leute da, die gesagt haben, das war scheiße und das soll nie wieder passieren. Und dann hätte man nicht nur dieses, ach tut uns, also wir müssen uns quasi schämen und nicht zu laut sein und darf nicht zu stolz sein, so diese Gedanken, die ja teilweise in den Köpfen drin sind. Ich sage nicht, dass es so ist oder richtig ist, aber die sind ja teilweise da. Und das war ein interessanter Punkt, den er da genannt hat, dass einfach diese Helden zu wenig gefeiert wurden. Und natürlich ist es ein komplexes Problem. Ich glaube, bei dem Song, wie gesagt, dadurch, dass du eigentlich einen Erlebnisbericht gemacht hast, der vollkommen legitim ist und wie sie Asas gesagt hat, das soll möglich sein. Du musst erzählen können und rappen darüber können, dass du als Deutscher da diskriminiert wurdest, so safe. Und das hat auch nichts mit rechts oder irgendwas anderes zu tun. Das war erst mal so, fertig, aus. Dadurch, dass das dann so eine Gesellschaftsebene bekommen hat quasi, da wurde es dann und das vielleicht zu vereinfacht dann und vielleicht eine Bildsprache gewählt wurde, die aneckt an manchen Dingen, wurde es ein bisschen zu komplex und man versucht dann, Sachen sich rauszunehmen, die du gar nicht gemeint hast und dann wird es kompliziert. Zum Beispiel auch das Thema, ich lasse euch gleich was dazu sagen, das Thema, was mir nur wichtig ist, das Thema Diskriminierung mit Rassismus gleichsetzen. Was ja, glaube ich, einfach, was du gemeint hast, ich wurde diskriminiert, also Cashmo wurde diskriminiert, was aber nicht gleich Rassismus ist, weil wir hatten vorhin auch kurz gesprochen, Rassismus ja immer Diskriminierung plus Macht ist, wenn der Deutsche quasi sich aus der Hood irgendwie etabliert hat, rauskommt, wird er nicht mehr diskriminiert, er wird akzeptiert. Das schafft einen, in Anführungszeichen, klassischer Kanacke, da kommen wir aber auch gleich noch zu, eher schwieriger. Marokkaner, Asiate, Schwarze, whatever. Wenn der rausgeht, hat er immer noch das Problem, dass er nicht akzeptiert wird, vielleicht nicht akzeptiert wird und nicht so leicht akzeptiert wird wie jemand mit, als der klassische Deutsche in Anführungszeichen. Und das ist dieser Unterschied, dass man das nicht ablegen kann. Das ist aber eine Sache, die da, glaube ich, auch wieder vermischt wird. Genau, weil das Wort Rassismus ist in dem Song nie gefallen. Nee, nee, auf keinen Fall, aber es wird ja immer so genannt und du hast es teilweise im Statement auch genannt, quasi das Rassismus gegen Weiße. Ja, genau, wenn man jetzt dagegen versuchen wollen würde, anzukämmen, was ich gar nicht mal möchte. Es gibt auch Länder auf diesem Planeten, da ist der Weiße nicht der, der die Macht hat. Quasi gibt es ja auch. Da gibt es ja. Deswegen, man könnte das jetzt rumdrehen, aber das ist eine Diskussion für mich, die ist gar nicht erforderlich, weil man weiß schon, wovon ich spreche und wovon ich rede. Ich bin ja kein Politiker. Ich rede von dieser Diskriminierung, die ich da als Allmann quasi dann erlebe oder manche erlebt haben, mein Erfahrungsbericht. Ich bin aber nicht rausgegangen mit dem Song und wollte jetzt Politik machen und sagen, hey, in dem Land, in dem. Deswegen erwähne ich diese ganzen Dinge auch gerade die ganze Zeit in dieser Debatte nicht. Ich komme auch nicht mit irgendwelchen schrecklichen Taten, die andere Länder gemacht haben. Weil am Ende des Tages würde ich mich dann gleichstellen mit den Leuten, mit denen ich nicht in einen Topf geschmissen werden möchte. Ich möchte mich so gar nicht verteidigen. Ich möchte nur meinen Song verteidigen und meine Sichtweise. Als Rapper, dass ich einfach einen Bericht gemacht habe über mein Leben und Dinge, die ich erlebt habe. Ich möchte nicht aufarbeiten, was in der Geschichte in Afrika, Mirak oder sonst irgendwo. Das ist nicht mein Bereich. Also ich bin kein Priester. Das heißt, Religion gehört nicht für mich in die Musik bei mir dazu. Genauso auch die Politik nicht. Aber Menschen machen mich gerade zu einem Politiker. Aber das finde ich nicht. Und das finde ich schade, dass das weggeht vom Eigentlichen aus. Weil wie gesagt, die Grundaussage wollte ich sagen, ey, ich habe das erfahren in der Hood, fertig, aus. Und du sagst ja auch voll schöne Zahlen, wo du sagst, hier, ich habe es nicht mal ganz im Kopf, aber wo quasi der Deutsche dafür angegangen wird, dass er mit der Balkanfrau quasi nicht zusammen sein darf. Von solchen Geschichten so, ja. Und ich glaube, das Wichtigste bei diesem ganzen Ding, wo wir uns auch alle einig sind, du und ich, und glaube ich auch alle drumherum so, dass es im Endeffekt, die Herkunft im Endeffekt komplett egal sein sollte. Genau. Und dass es legitim ist, finde ich, dass auch ein Cashmo sagen darf, dass es Momente gab, wo du einfach diskriminiert wurdest. Genau. Fertig, aus. Ich will auch nur dieses Recht halt haben. Und ich weiß, dass als deutscher Rapper es immer ein zweischneidiges Schwert ist, sobald du so sprichst. Und auch dafür möchte ich mit dem Song stehen. Vielleicht, dass man einfach schafft, da das mal ein bisschen lockerer mal zu nehmen. So, nicht immer so, oh, der ist immer deutsch, der hat was gesagt. Darf der das überhaupt sagen? Weil das ist so, ich möchte das irgendwie, vielleicht irgendwie antreten, dass man das irgendwie ein bisschen verändern kann. Unwichtig, das hast du, ich weiß nicht, ob du es gerade eben auch schon gesagt hast, aber wir hatten auf jeden Fall im Vorfeld gesprochen, dass du ja auch nicht gesagt hast, ich darf in Deutschland grundsätzlich nirgendwo was sagen und werde unterdrückt. Genau. Sondern es geht um die Hood, da wo du quasi aufgewachsen bist. Es geht um die Hood, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Genau, es wird einfach immer wieder der Song einfach verdreht. Es kommen auf einmal Leute, die mir auf einmal sagen, dass ich quasi in dem Song sage, dass ich eine Minderheit in Deutschland wäre. Nein. Ich rede nicht von der Minderheit in Deutschland. Ich rede davon, dass ich eine Minderheit in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin oder in dem ich mich aufgehalten habe, ob es jetzt irgendein Viertel war oder ob es auf dem Freischenhof im Knast war oder sonst wo, dort war ich die Minderheit. Ich rede nicht davon, dass ich die Minderheit in ganz Deutschland war. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Genauso wie immer mit diesem Rassismuswort die ganze Zeit immer auf den Song bezogen wird, obwohl dieses Wort nicht darin vorkommt. Es kam vielleicht mal in einer Debatte irgendwo vor, aber ich bin mir sicher, dass die meisten der Leute, die mich da gerade kritisieren, das noch nicht mal gesehen haben. Das sind einfach so ganz viele Trittbrettfahrer, die jetzt gerne irgendwie, oh, das ist ein Gespräch, da ist viel Feuer gerade drin, da klinke ich mich doch mal ein, die einfach irgendwie mitreden und einfach irgendwas in den Raum werfen, was nicht da ist. Genauso wie ich diesen Bericht von Falk gesehen habe, mit Wasabi, wo gesagt wird, wenn ich meine Formulierung nicht ändere oder irgendwie so, dann wäre ich für sie ein Nazi und rechts. Das sind absolute krasseste Aussagen. Oder dass sie sagt so, ja, tut mir leid, aber wenn man das Wort Alman benutzt, das hat mit Hitler zu tun. Das sind doch kranke Sachen, die ich gerade hören muss. Und da, glaube ich, ist es auch wieder Missverständnis, weil das ist dieses, ich glaube, Falk hat es, glaube ich, dann auch gesagt, im Prinzip dieses, also ich gehe davon aus, dass es so gemeint hat, im Sinne von, nicht das Wort Alman an sich, sondern das Deutsche, was mit Hitler insofern zu tun hat, was ich gerade eben auch gemeint habe, dass man natürlich hier in einem Land groß wird und lebt, wo Hitler möglich wurde. Und dass man, wie gesagt, nicht deswegen nonstop mit einem gebückten Kopf rumlaufen muss, aber dass natürlich eine gewisse Verantwortung und Sensibilisierung und Bewusstsein da sein muss. Aber das hast du ja auch schon mal gesagt. Ja, aber trotzdem darf doch nicht irgendwie so ein Journalist oder sonst wer sich rausnehmen, zu sagen, wenn du das jetzt nicht dann morgen so und so sagst, dann bist du Nazi und Rassist. Bin ich vollkommen bei dir. Ich meine auch Falk. Falk Schacht quasi. Ich finde das tatsächlich, was du, was Jule Wasabi da gesagt hatte, da musste ich auch schlucken. Also das ist ganz krass. Das war schon sehr uff. Also das geht gar nicht so. Aber warum werden solche Leute dann nicht dafür attackiert? Dass man sich sowas herausnehmen kann, jemanden so abzustempeln dann. Also das ist auch Rufmord auch irgendwo. Du drückst irgendeinem einfach einen Stempel auf, der vor allen Dingen noch nicht mal die Wahrheit ist. Und du hast es auch gesagt, dass sie nicht auf dich zugekommen sind im Vorfeld. Wenn man schon für drastische Sachen sagt, dann wäre es cool gewesen, zumindest mal ein Statement anzufragen. Ich bin ja auch so, ich glaube, ich bin auch der erste deutsche Rapper, Bio-Deutsche, wie man ja sagt, der sich jetzt auch jeglichem Portal oder jeglichen Fragen auch gestellt hat. Ich glaube, in dem Ausmaß hat sich noch kein deutscher Rapper irgendwie der Öffentlichkeit gestellt und hat gesagt, hey, ich bin bereit. So, egal wer will, kann gerne kommen, ich bin bereit, mit den Leuten Gespräche darüber zu führen. Ich bin da. Weil ich muss keine Angst haben, in eine Debatte oder einen Dialog zu gehen, weil ich werde nicht irgendwie was Falsches sagen, was man nachher falsch deuten kann, weil es nicht meine Gesinnung ist. Weil ich weiß ja, was meine Ziele dahinter sind oder warum ich das gemacht habe. Und das ist einfach für mich ein ganz klassischer Hip-Hop-Grund. Einfach so. Ich wollte meine Musik und meine Kunst dazu nutzen, um etwas von mir zu erzählen, einen Erfahrungsbericht von der Straße und ich wollte nicht eine neue Partei jetzt gründen und die Welt verändern. Vollkommen richtig. Und ich finde, wenn es um Deutsche und Kanacken geht, hat es, um das jetzt mal abschließend quasi zu machen, weil ich glaube, wir haben klargestellt, was dein Grundgedanke war dabei, hat es Abdi eigentlich sehr schön formuliert. Er hat nämlich über Deutsche und Kanacken folgendes gesagt. Auch der Kai-Uwe kann Kanacken sein und kann mehr Kanacken sein als ein Ausländer auf jeden Fall. Deswegen ist Kanacken nicht die Herkunft, sondern Kanacken ist der Lifestyle. Definitiv. Und das ist es im Endeffekt ja auch, was es beschreibt. UFM featuring Sex FM. Run, run, run. 4 4 4 4 5 6